überhaupt nicht wo du bist hier wo ich bin drück mal H ach da aber hier ist er nicht Landepad 01 ne hier ist die 05 da willst du nicht hin oh da wurde man zu kurz schwarz rum 01 hier ist 01 hier wo ich bin ist 01 ich wollt euch die Richtung schießen freundlich wie ich bin du kannst übrigens auch nach hinten mit strgs ach ich bin vor allem falsch rum hier gibt es keine assistierte Landung ne die 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 mit die 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 Ach ne hier, Steuerung Alt schaue ich nach hinten. Deine Komplett. Ja. Du bist überhaupt nicht Landing Komplett, du bist schräg zwischen zwei Pets. Also bei mir hat er gerade gesagt Landing Komplett. Und noch dazu bist du beschädigt. Du musst nach links schrafen, nicht nach rechts, nach links. Noch weiter, noch viel weiter, noch. Und jetzt dreh das Schiff, dreh das Schiff. Ja, jetzt kannst du runter. Loll. Bin ich jetzt gelandet? Sag mal, brauchst du dein linkes Hauptdrehwerk? Ja. Ich hab drei, vier davon insgesamt. Wie ist denn das jetzt hier, bin ich jetzt gelandet? Ja. Geil, ich kann sehen wie dein Schild runter geht. Wie cool ist das denn? Oh, ich... Okay, er ist drin. Das würde ich aber nicht tun. Wow. Vorsicht, Vorsicht, da oben sind aufgebaut. Aber was ist denn das für eine Scheißstation? Ahahahahaha! Stand dran. Ich werde einen Film machen. Ich werde einen Film machen. Was ist das für eine Kackstation, ey? So, was soll ich jetzt, wo soll ich da hin? Cry Astro, warum soll ich hinein durch? Da kann man ihn reparieren lassen. Äh, J! So, wo ist das jetzt hier? Cry Astro oder Cry Astro Servils? Äh, das sehe ich selber nicht mehr, wo das sein soll. Ich hab wirklich nicht mehr durft. Warte mal, SRG F7 ist... Äh, was ist's? Nee. Dale, weißt du noch, wo das ist?